Video und fragen alle Weiber, was sie sich gewünscht haben an Valentinstag und was sie bekommen haben. Ich habe gar nichts bekommen. Und ihr auch nichts gewünscht? Nein, alles gut. Ich bin zingig. Hallo, heute stehe ich mal vor der Kamera pünktlich zu Valentinstag und werde heute alle Frauen fragen, also die, die sich bereit erklären, was sie sich zu Valentinstag gewünscht haben, wie die Erwartungen waren und die Realität. Let's go! Wir drehen ein Video für YouTube und ich frage alle Mädels, was sie sich zum Valentinstag gewünscht haben und was sie bekommen haben. Ich müsste eigentlich jetzt los. Du musst weiter? Ja. Okay, danke trotzdem. Hi, eine Frage. Wir drehen einen YouTube für... Nein. Eine Frage? Danke. Habt ihr ganze Zeit? Wir drehen ein YouTube-Video und ich frage alle Frauen, was sie sich gewünscht haben an Valentinstag. Gewünscht? Ja. Eigentlich gar nichts. Nur glücklich zu werden. Also überrascht zu werden? Ja. Und was hast du bekommen? Blumen. Uh. Und? Schokolade? Ja. Also bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Ja, sehr schön. Danke, das war ich dann. Hey, eine Frage. Hast du ganze Zeit? Wir drehen ein YouTube-Video. Und zwar geht's daran. Alles gut, ganz schnell. Ganz entspannt. Fragen alle Mädels, was sie sich gewünscht haben zu Valentinstag und was sie bekommen haben. Äh, eigentlich habe ich mir nichts gewünscht und ich habe auch nichts bekommen. Außer Nägel von meiner besten Freundin. Uh, das ist doch auch was. Da freut man sich drüber, oder? Ja. Man muss ja nicht unbedingt was von seinem Partnergeschäft bekommen. Finde ich auch so. Perfekt. Danke dir. Viel Spaß noch. Ciao. Wie man sieht, machen die Geschäfte schon zu. Wir sind ein bisschen spät dran gewesen. Aber müssen uns ein bisschen beeilen. Also los geht's. Hi, ganz kurz. Wir drehen ein YouTube-Video und fragen alle Weiber, was sie sich gewünscht haben an Valentinstag und was sie bekommen haben. Ich habe gar nichts bekommen. Und dir auch nichts gewünscht? Nein, alles gut. Ich bin ziemlich glücklich. Aber was wünschst du dir so an Valentinstag? Wie wäre dieser perfekte Valentinstag gewünscht? Ich weiß nicht. Blumen würden schon reichen. Ja? Aber auch als Trinke kann man sich den Tag auch gut gehen lassen. Hör weg. Dankeschön. Das war schon. Ciao. Entschuldigung. Habt ihr kurz Zeit für mich? Wir drehen ein YouTube-Video und fragen, was ihr euch an Valentinstag gewünscht habt und was ihr bekommen habt. Oder ihr habt gar keine Erwartungen an den Tag. Wir haben uns jetzt. Ja. Und nichts gewünscht und nichts bekommen. Wir sind einfach nur glücklich zusammen. Dass ihr zusammen seid. Das ist das Beste. Ja. Sehr schön. Danke. Ciao. Ciao. Hi. Kurze Störungen bei der Arbeitszeit. Ich trinke gerade ein YouTube-Video und fragen, was man sich so zu Valentinstag gewünscht hat. Aber jetzt hier einen Mann würde ich fragen, was hast du denn deiner Freundin geschenkt, wenn du kein Single bist? Gar nichts. Gar nichts? Nee. Denkst du, die wünscht dich was? Oder hat sie Erwartungen? Bitte? Denkst du, sie hat Erwartungen? Nö, ich hab mir am Sonntag schon was geschenkt. Du hast was? Ich hab mir am Sonntag schon was geschenkt, da brauch ich kein Valentinstag dazu. Ja, ich hab auch gestern eine Rose bekommen. Nicht an dem Tag, aber hauts auch mal mit beschenkt, ne? Ja. Dann erzähl mal, ob du dich glücklich bist. Oder? Ist sie glücklich? So weit ich weiß, ja. Ja, das freut dich. Dankeschön, viel Spaß noch. Ciao. Okay, dann let's go. Habt ihr eine Freundin? Seid ihr Single? Ja. Alle Single oder alle eine Freundin? Ich bin eine Freundin. Okay, was habt ihr eurer Freundin heute zu meinem Teaser geschenkt? Blumen. Blumen? Rose. Rose. Hat sich gefreut? Ja. Ja, das ist doch schön, ne? Rose und ein Teddybär. Eie, wie süß. Rose und ein Schminke. Ja gut, also ihr habt alle an eure Freundin gedacht. Habt ihr sich das auch gewünscht oder hat sie andere Wünsche? Weiß man nicht. Ich hab dir eine Wärmeflasche, Rose, Papone und so Schminke. Also du hast dir richtig Mühe gegeben. Ich glaub, das ist auch das, was zählt, ne? Ja. Aber super happy. Ja. Das war Fertig. Sehr gut, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Danke. Ciao. Wir holen uns noch auf Insta-Pushen. Klar. Folgt alle 025-Unterschicht-Unterschicht-Milat. Folgt alle L-U-Unterschicht-C-A-Sie-Matter. Folgt alle 4real-Jerry auf Insta-Geräte. Ja, ja, alles gut. Wenn jedem... Wer weg. Wie heißt die Nummer für dich? Kein Mann. So, ihr Lieben. Das war schon ein ganz, ganz kurzes Video. Haben wir jetzt gerade so spontan entschieden. Wir haben vor Wetzlar. Genau, stimmt. Das erste Mal in Wetzlar, sonst sind wir irgendwie überwiegend immer nur in Gießen. Und ich bin mal vor der Kamera. Ja, was sind meine Erwartungen an Valentinstag? Wir halten nichts von dem Tag. Also beide denken uns nichts daran, dabei. Aber auf jeden Fall kann man nicht genug von Geschenken bekommen. Also an anderen Tagen sehr gerne. Ja, Frauen. Was für ein Studie ist das eigentlich so? Gar nichts? Studie. Weniger Gelaber von beider Frau. Ja, das war schon. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.